Angela Merkel, ihr geheimes neues Leben ohne ihren Joachim Sauer. Angela Merkel, 70, besuchte zwar wieder die Festspiele in Salzburg, aber diesmal war alles anders als in den Jahren davor. Was kaum jemand wusste, in der letzten Zeit, in der es extrem ruhig um die Politikerin war, baute sie sich ihr geheimes neues Leben auf, fann ab von Berlin. Was natürlich sofort auffiel, ihr Ehemann Joachim Sauer, 75, begleitete sie nicht. Warum? Auf den letzten Fotos sah er aus wie ein Schatten seiner selbst. Gerüchte um eine schwere Krankheit halten sich hartnäckig. Ist er zu geschwächt zum Reisen? Oder plant sie die Zukunft ohne ihn? Seine Eskapaden mit der schönen italienischen Professorin Laura Gagliardi, 56, sollen die 1998 geschlossene Ehe in gefährliche Schieflage gebracht haben. Angela Merkel verbringt viel Zeit mit Freunden. Doch Angela Merkel kommt auch ohne ihn klar, wird offensichtlich von Freunden aufgefangen. Mit Martin und Ilse Badenstein war sie nach den Konzerten im berühmten Sternbräu. Ein Salzburger Restaurant mit interessanter Kunst an den Wänden, vielen kleinen Nischen und exzellanter Küche. Einsam ist sie dank ihrer Freunde auch nicht. Sie kann an der Seite ihrer Vertrauten strahlen. Auch ihr Lieblingshotel, die Scherberg-Alm, ist nicht weit von Salzburg, in herrlicher Natur. Hier kann Angela Merkel nach Herzenslust wandern. Ob wir sie hier bald wieder mit ihrem Mann sehen? Joachim Sauer lernte Angela Merkel vor 40 Jahren kennen. Angela Merkel, geborene Kasener, und Joachim Sauer haben sich 1984 an der Akademie der Wissenschaften in Berlin Adlershof kennengelernt. Am 30. Dezember 1998 wurde geheiratet. Für beide ist es die zweite Ehepunkt. Zu diesem Zeitpunkt ist Angela Merkel Generalsekretärin der CDU und ihr Mann ordentlicher Professor an der Humboldt-Universität. Beide behalten ihre Nachnamen. Sieben Jahre später ist sie die erste Kanzlerin der Bundesrepublik. Zu ihrer Amtseinführung kommt er nicht in den Bundestag. Er hat dringende Termine an der Universität. Merkel gibt nur sehr spärlich Auskünfte über Joachim Sauer. Er sei ein prima Kerl, sie möge sein Selbstbewusstsein, seine Ruhe und Distanz zu vielen Dingen, trotzdem sei er ein fröhlicher Mensch. Die Gespräche mit ihm seien für sie fast lebenswichtig. Angeblich solle seiner Frau eine komplette Sammlung der Louis-Defüners Filme geschenkt haben, damit sie als Kanzlerin die Franzosen besser verstehe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017